herzlich willkommen zur minecraft bg mit der julia hallo dem rada ein wunderschön und mir hallo das sind neue sandwitches ja super neue sandwitches fertig gemacht ja wer wohl nicht wollen dankeschön mit viel liebe ja schmecken super 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 so wie wir den bekannten und mir wir haben irgendwie immer zurzeit das wort oha wir sagen wegen jeden scheiß wenn wir zusammen irgendwas machen oha oha kann man halt auch so schön auf die spitze treiben schon ja so jetzt muss ich warten bis der käse hier fertig ist weil schlafen können wir gerade noch nicht richtig mich kann es frühmorgens noch so das kann man so lange da mal reinpacken habe gesehen dass jemand so ein wasserbecken dort hatte kann man das zeug vielleicht in einem wasserbecken abkühlen das wert ziemlich nein nein oder sogar super 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 nice super nice und das wäre immer super nice wäre richtig immer da war das auch geklärt war muss ich die scheiß dinge echt jedes mal auch du hast ein bienenstöckchen ach das habe ich doch gesagt die ganze zeit ja 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 aber ich ist das ist das doppelt oder was wie doppelt du kriegst glaubt man kriegt zwei irgendwie oder ich weiß auch nicht so sandwiches sollten auf jeden fall erstmal wieder reichen weil weil das bienenhaus das du gemacht hast das wird in meiner questreihe irgendwie auch angezeigt ist cool da muss ich das nicht mehr machen ich habe einfach geguckt was gibt es für quest und welche kann ich machen die nicht ganz unmöglich sind kann schon sein dass ich das daraus habe so cutting cutting damit ich auch mal eine quest gemacht habe ich habe auch schon eine ganze quest gemacht ach wer redet von dir man mag mich was hast du also die bienen kann man hier irgendwie in die dinge ich habe mich da noch nicht mit befasst ich habe die einfach dahingestellt so drei so und sie ja in die ecken stellen keine ahnung und zwei machen ich habe da mal eine biene rein gesetzt hast du gekriegt eine modest princess ja ich habe die drei genommen halt wie wir es dann ausgemacht hat ja ich habe die ich weiß gar nicht ob die forest princess die zwei war ich habe nicht mehr aufgepasst ich habe einfach irgendwas was vernünftig ich hab' ein klemmt so dann hat das dac 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 du guckst zu viel werbung nein beiden holzscheiden und n beiden setzt lingen oha mhm das ist gut 3 3 1 2 3 4 fertig ist nicht fertig in zwei stunden ist es fertig ist 23 lange dauern zwei stunden ok sind jetzt um wir haben jetzt stunde 15 eine stunde schon um hier und darunter 1 2 3 runter bei 1 2 3 hier auf jeden fall runter wir sind immer noch eine stunde 3 3 runter hast zwei runter bei runter und dann oben zu nahm wieder drei ich hab schon wieder mein ganzes gabo verbraucht mal gucken ob ich das jetzt hin bekomme jetzt brauche ich hier noch die weißen steine ich esse noch mal was das nach ein bisschen was aussieht hier hast du in deinem bienenhaus warum mein haus gefällt dir nicht oder was das ist ja noch nicht fertig ich guck also dann gefällt mir das von dir ja ich weiß das gefällt dir nicht doch das gefällt mir schon ich hab mich auch eingemischt außen außen würde ich hier an der einstelle dann noch einen weischt schon was denn wo denn stützbalken irgendwann ja schon hier in der ecke genau stützbalken ja halt so eine säule runter weischt wenn hier aus dem schwarzen oder was hätte ich gesagt dann macht das brauner weg jetzt noch schwarze meint so ja genau komisch ich habe nicht mehr genug für das ganze haus und hier wird ja da auch im wasser stehen glaube ich gut hier werde ich ich werde erdefarben und das dann hier voll machen aber jetzt werde ich dann erstmals dick sticks noch machen ich hätte nicht gedacht dass ich hinter diese ganze sandbank oder insel hier war komplett benutze wir haben hier unsere landmasse sowieso vervierfacht glaube ich ja oder auch noch mehr so das war basalt muss aber erstmal jetzt wieder kreide suchen erstmal muss ich mir auch ein sandwich zwischen der birne hauen das ist gut war nicht so schlimm wie du jetzt wieder dachtest dass es ist ja gut kann ich denn wissen wie viel und lachen sondern wieder unter ich kann los rennen um treigestellen zu fahren und dann sehe ich wie hinter meinen baumstämmen die ohne belta dann auch stehen die sonne langsam am horizont sich nach unten bewegt okay wohl den satz noch länger von ich möchte mich nach dem satz schlafen legen können aber es hat doch nicht ganz gereicht nicht genug dumm lagern können irgendwie klingst du wieder optimus prime dabei ja gar keine optimus voice dabei er leckt manchmal ein bisschen gut nacht ich habe befürchtet dass das kommt gute nacht jetzt wird wahrscheinlich alles kalt ja wusste ich doch ach das ist kacke schlafen gehen nervt aber oder nicht wenn man dann in so einer situation müsste man halt mal sagen okay dann warten wir halt einfach ja ne 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 pas schon ist nicht schlimm ich mache das auch interessant aus dass das dass das hält macht die einfach neu kein problem ich wenigstens was zu tun aber manche sachen kühlen halt dann aus ist man ein bisschen ärgerlich aber da ich sowieso die sachen dann wiederum noch mal wahrscheinlich noch mal heiß machen müssen soweit das ist jetzt auch schon wurscht ich die dann jetzt mehrmals machen muss oder nicht gott die kühe ach ja wer 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 kümmert sich jetzt um die kühe muss man da irgendwas tun wenn du weißt was ach wenn es weiß aber nicht dann nach oben auch aber 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 auch die jetzt Okay, da das eine noch flüssig ist, kann ich da momentan nichts damit machen. Dahin ist das wahrscheinlich abgekriegt. Du bist ready. Wer das noch verarbeiten kann? Hm, das kann ich noch mitnehmen. Okay, kann ich noch verarbeiten, okay. Aber dann kann ich ja mal testen, ob das funktioniert mit ins Wasser schmeißen zum Abkühlen. Hast du ein Falschbecken gebaut? Ja. Schon wieder Mücken. Ja, die sind wieder total ekelhaft heute. Die sind wieder echt überall. Na, voll. Zwei Schwärme gleich. Ja, das funktioniert nicht gerade. Und dann denkst du mir, da sind noch welche. Ja, das ist die Mücken. Das ist mehr wie nur nervig mit denen. Gruselig ist es, wenn du einen Baum pflanzt und das Geräusch vom Pflanzen als Zeitverzögerter nachkommt, wie du denkst, what the fuck, wer ist hinter mir? Warte mal, die Blumarie. Wie heißt das Ding nochmal? Blumarie. Die Blaumarie. Melz. Ah ja, genau. Achso, nee, das ist ja... Ah ja, genau, sagst du einfach. Jetzt würdest du gar nicht zuhören, weißt du? Was? Hast du was gesagt? Weißt du? Ich und mein Holz. Ah ja, nee, da brauche ich ein Double Sheet, das heißt, ich brauche zwei Mal. Wir sind Piraten. Ich sag mal, ach, wir sind 16. Piraten laufen schief. Piraten haben Hakenhände. Und Nabeln im Gesicht. Piraten sind voll böse. Piraten trinken Ruhm. Piraten haben Säbel und schießen mit Kanonen. Boom, 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 boom. Okay. Der Text geht so. Ja, ja, der Text... Ja, ja, ich kenne das Lied. Ich hab das schon mal... Irgendwann hab ich das mal gehört. Das war bei mir mein Mix der Woche. Ich denk mir da, wuh, wie kommt man... Aua. Es dauert, bis man das drauf hat, die Texte. Ich kann Texte nie. Ich war immer froh, wenn ich mich in der Schule vom Auslöhnlichen Lernen drucken konnte. Noch schnell warten, bis das abgekühlt ist, weil sonst sind sie wieder unterschiedlich warm hier, die Dinger. Oh, ich. Ich, hey, 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 hierhin. Oh, Mücken. Das dürfte schon passen. Also es war einfach, als ich mein ganzes Baumhaus irgendwo zusammengeklaut habe und nicht alles herstellen musste. Ja. Aber man will ja auch ein bisserle quästeln. Da bin ich noch nicht. Hast du heute irgendwie Internetprobleme, Rubber? Eigentlich nicht. Wieso? Weil du lagst immer wieder im Team Speck. Team Speck. Team Speck. Oh, Mann. Ja, du lagst ab und zu. Nein, du brauchst es uns auch nicht nochmal demonstrieren. Warte, dauert noch vier Stunden. Eigentlich ist alles richtig. Ja, es ist nur ab und zu. Es ist nicht immer. Keine Ordnung, was da los ist bei dir. Ein Vorteil hat der Winter. Ich muss hier nicht rumklettern und schwimmen. Ich gucke gleich mal zwischen den Aufnahmen, also gleich dann, muss ich mir noch gucken gleich. So, in zwei Minuten quasi. Du hast halt immer leichten Paketverlust gerade. Das ist aber so, ich brauch mal praktisch alle. Da krebst du gerade bei 3,8 Prozent rum. Jetzt habe ich ein Ohr vor, mich hasse euch. Und zwei Ohrbümer gleichzeitig ist echt bescheuert. Ja, genau. Ich bin heute sehr anfällig für sowas. Das ist okay. Also so gemein bin ich nicht, aber es gibt einen ganz schlimmen Ohrbümer und den wird mir nicht los. Der ist schrecklich. Sag einfach. Mila. Besser als noch A-Haus in the middle of the screen. A-Haus. Wollt doch. Ich hatte mal zwei Wochen von Mila und Ohrbümer. Ich habe die ganze Serie durchgeguckt. Irgendwann ist sie ein Superstar. Ich habe das hier vorhin nie gekocht. Schöner. Nie geschaut. Ich habe gerade ein Riesenproblem. Das gucken so Leute, die die Free-Pokémon-Zeit, Alter. Ich habe ein Riesenproblem. Die Folge ist in ca. 30 Sekunden vorbei. Ich habe jetzt Zeug, dass ich schmieden muss. Ja. Das muss ich jetzt noch ganz schnell machen. Zusammen machen. Ja, was soll. Ah, es ist ja nicht neu, dass wir nichts... Das ist toll. Meinst du, du willst sagen, es ist nicht neu, dass wir überziehen? Mhm. Aber das hier wäre jetzt absichtlich, sonst wissen wir das ja nie. Das ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Wir haben es schon öfter absichtlich überzogen. Ja, ich weiß jetzt... Warte mal. Biegen, schrumpfen, stanzen. Stanzen war nach vorne. Aber noch ein bisschen nach vorne. Biegen, schrumpfen, stanzen. Biegen... Muss neuen Mörtel herstellen gleich mal irgendwann. Die Folge ist eingeschrumpen, aber mach doch mal noch weiter. Vielleicht gleich noch ein Paket für das Gucken. Kommt davon, wenn du gewisse Dienstleister in Anspruch nimmst, ne? Jetzt ist es nicht mehr heiß genug. Egal, pass schon. Mach ich nachher weiter. Daniel, danke schön fürs Zugucken. Bis nächstes Mal. Tschö. Tschö.